Ich bin erkältet. Mein Hals tut mir weh. Ich habe Kopfweh. Meine Nasenhölle ist entzündet und verstopft. Ich huste und nieße alle drei Sekunden und habe keine Energie. Ich muss zum Arzt. Mal sehen hier. Drei, sechs, zwei, vier, drei, sechs. Antrim Praxis. Pfleger Müller am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Herr Müller. Hier ist Levi Antrim. Ich habe eine Erkältung. Aber ich fürchte, ich habe vielleicht eine Halsentzündung oder Diphtherie. Könnte ich einen Termin für heute bekommen? Natürlich. Es gibt verfügbare Termine um Viertel nach zehn, 13.10 Uhr und 16 Uhr. Ich nehme den ersten. Je früher ich den Arzt sehe, desto früher komme ich zu Kräften. Hoffentlich sterbe ich nicht in den nächsten zwei Stunden. Sind Sie geimpft, Herr Antrim? Ja, selbstverständlich. Impfgegner sind Deppen. Wenn Sie geimpft sind, dann haben Sie wahrscheinlich keine Diphtherie, sondern eine ganz normale Männergrippe. Sie werden wahrscheinlich überleben. Na gut. Bis 10.15 Uhr. Bis später. Tschüss. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie einen Termin? Ja, um 10.15 Uhr. Ich bin Levi Antrim. Darf ich Ihre Versichertenkarte kurz sehen? Ja, hier ist sie. Danke. Fühlen Sie bitte diesen Anamnesebogen aus. Habe ich diesen Anamnesebogen nicht schon beim letzten Mal ausgefühlt? Wahrscheinlich ja, aber Sie müssen ihn ab und zu aktualisieren. Okay. Ich verstehe nicht, warum ich meinen Namen und mein Geburtsdatum aktualisieren muss. Meine Handynummer ist immer noch 0 11 49 6 7 14 7 11 3. Krankenkasse AOK Plus Dunkin Donuts Überweise oder Empfehlung durch Ähm, Google? Befinde ich mich zurzeit in ärztlicher Behandlung? Ich bin gerade beim Arzt, aber ich glaube, das ist hier nicht die Frage. Ich kreuze Nein. Dann muss ich diese Lücken nicht ausfüllen. Besteht bzw. Bestand bei Ihnen eine der folgenden Erkrankungen? Atemwegserkrankung Asthma Schwere Atemnot Nein Allergien Penicillin Schmerzmittel Saisonale Allergien Saisonale Allergien Aber ansonsten nichts Zuckerkrankheit Diabetes Nein Rheumatische Erkrankungen? Nein Infektionskrankheiten TBC AIDS Hepatitis Jip, ich habe sie alle Herz Kreislauf Erkrankungen Herzinfarkt Bluthochdruck? Nein Nein Nierenerkrankungen? Nein Nehmen Sie regelmäßige Medikamente ein. Markuma ASS Biophosphonate Tihi, Sie haben hier ASS geschrieben. Hm, mal googeln. ASS Medikamente. Ach so, Sie meinen Aspirin. Aber das ist ein Markenprodukt. Sie heißt im Allgemeinen Acetylsalezylsäure. Kein Wunder, warum die Deutschen einfach ASS sagen. Ich kann dieses Wort gar nicht aussprechen. Oh nein, ich nehme diese Medikamente nicht regelmäßig ein. Besteht eine Schwangerschaft? Hoffentlich nicht, aber wenn ja, werde ich berühmt sein. Wann war die letzte zahnärztliche Röntgenuntersuchung? 1995 Herr Antrim, bitte. Nehmen Sie bitte Platz. Der Arzt kommt gleich. Guten Tag, Herr Antrim. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich glaube, ich bin erkältet, aber ich wollte sicher sein, dass es nichts Schlimmes ist. Machen Sie bitte weit auf und sagen A. Jetzt werde ich Ihre Lungen abhören. Und jetzt tief ein- und ausatmen. Und jetzt bei Ihnen Fieber messen. 39 Grad. Das ist ja Fieber. Und nun führe ich noch einen Abstrich des Rachen durch und untersuche diesen auf Bakterien. Ich komme gleich wieder mit dem Ergebnis. Sie haben Streptokokken. Was bedeutet das? Sterbe ich? Wie lange lebe ich noch? Sollte ich meine Familie anrufen? Hilfe, Doc! Sie haben eine Halsentzündung. Sie werden überleben. Sie bekommen ein Antibiotikum dagegen und in ein paar Tagen fühlen Sie sich viel besser. Danke. Die Medizin bekommen Sie mit einem Rezept in der Apotheke. Wenn Sie sich nach ein paar Tagen nicht besser fühlen, rufen Sie mich an und wir werden etwas anderes probieren. Hier ist eine Krankenmeldung für Ihren Arbeitgeber. Ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Wenn Sie sich mehr Doctor-Visit-Tippen-Videos suchen, habe ich noch einen hier. In der meantime, das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!